Vor kurzem konnten wir sehen, wie Elon Musk gesagt hat, dass Tesla Bitcoins gekauft hat und kurze Zeit später war Bitcoin plötzlich klimaschädlich. Elon Musk wurde beschuldigt, den Kryptomarkt manipuliert zu haben. Welche Absicht verfolgt Elon Musk und was hat das tatsächlich mit seiner Aussage auf sich? Und in diesem Video erkläre ich dir, was Elon Musk vermutlich heimlich mit Bitcoin vorbereitet hat und das ist nicht das, was du denkst. Zumindest wird das, was er vorhat, Bitcoin und die anderen Kryptowährungen drastisch beeinflussen. Schau dir da ja das Video unbedingt bis zum Ende hin an. Und bevor wir starten, freue ich mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, abonnierst. Das Video stellt keine Finanzberatung dar. Und eine Sache noch, es gibt sehr viele Scammer, die meinen Namen nutzen. Die kannst du aber leicht identifizieren, da dieser Kanal über ein Häkchen verfügt und das siehst du auch in den Antworten, die ich dir gebe. Auch weil viele dich beispielsweise in Telegram-Gruppen locken, sie nutzen dazu automatisierte Kommentare, Likes und so weiter. Das dient alles nur dazu, sodass sie an dein Geld und deine Bitcoins kommen können. Anfang des Jahres hat Tesla knapp 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert und wollte die Währung auch künftig als Zahlungsmittel akzeptieren. Die Folge, der Bitcoin-Kurs ist auf ein Rekord hochgestiegen. Genau genommen haben sie für 1,2 Milliarden Dollar Bitcoins gekauft. Und im ersten Quartalsbericht von 2021 gab Tesla an, dass sie am 31.03.2021, dass sie über Bitcoins im Wert von 2,48 Milliarden Dollar verfügen. Da der Kurs an diesem Tag bei 58.919 Dollar lag, könnte Tesla zu diesem Zeitpunkt über 42.100 Bitcoins verfügt haben. Zwischen Anfang Februar und Ende März verkaufte Tesla 10% seiner Bitcoins für 268 Millionen US-Dollar. Sie hatten diese Bitcoins für 140 Millionen Dollar gekauft und daher einen Gewinn von 128 Millionen US-Dollar gemacht. Insgesamt könnte das bedeuten, dass Tesla zum Höhepunkt über ungefähr 46.800 Bitcoins verfügt hat. Mitte Mai hat an Elon Musk getwittert, dass die Autokäufe mit Bitcoins aus Sorge über die schnell zunehmende Nutzung fossiler Brennstoffe aufgrund des Bitcoin-Minings ausgesetzt werden. Er schreibt weiter, dass Kryptowährungen auf vielen Ebenen eine gute Idee sind und wir glauben, dass sie eine vielversprechende Zukunft haben, aber dies kann nicht mit hohen Kosten für die Umwelt verbunden sein. Tesla wird seine Bitcoins nicht verkaufen und wir beabsichtigen, die Bitcoins für Transaktionen zu verwenden, sobald das Mining auf nachhaltigere Energie umgestellt wird. Wir werden uns auch andere Kryptowährungen, die unter 1% der Energie Transaktionen von Bitcoin verbrauchen, anschauen. Zu was hat das geführt? Der Bitcoin-Preis fiel in der ersten Minute nach der Aussage von Elon Musk um etwa 5% und danach ging es immer weiter bergab. Und viele sind zu berechtigt auf Elon Musk sauer und geben ihm die Schuld für den Bitcoin-Crash und dass sie Geld verloren haben. Doch was viele nicht verstehen ist, dass hinter den Aussagen von Elon Musk ein viel größerer Plan steht, beziehungsweise andere Interessen. Elon Musk weiß genau, was Bitcoin ist und er weiß auch, dass das Proof-of-Work-Verfahren bei Bitcoin Unmengen an Energie verbraucht. Dass ihm das bewusst war, hatte er schon 2019 in einem Podcast mit Kathy Wood von ARK Invest gesagt. Bitcoin ist interessant. Ich habe einige Freunde, die sich wirklich mit Krypto beschäftigen. Ich meine, ich denke, die Bitcoin-Struktur war ziemlich brillant. Es scheint, dass Ethereum auch einige Vorteile hat, so wie einige andere Kryptowährungen. Ich bin nicht sicher, ob es eine gute Verwendung von Tesla-Ressourcen wäre, in Kryptowährungen zu investieren. Ich meine, wir versuchen wirklich nur, den Fortschritt der nachhaltigen Energie zu beschleunigen. Einer der Nachteile von Krypto ist, dass es durch die Rechenleistung ziemlich energieintensiv ist. Es muss bei der Erstellung von Kryptos, also dem Mining, einige Einschränkungen geben und das Mining von Bitcoin ist zurzeit sehr energieintensiv. Elon Musk war es also bewusst, dass Bitcoin so viel Energie verbraucht und trotzdem hat Tesla in Bitcoins investiert. Das heißt im Grunde genommen, er hat einen Plan und einen Teil des Plans konnten wir schon am 12. Mai sehen. Also dem Tag, wo Elon Musk gesagt hat, dass er, also Tesla, keine Bitcoins mehr für den Kauf von Teslas akzeptieren werde. Und zugleich wurde ein Artikel veröffentlicht, dass Tesla den Eintritt in den US-amerikanischen Kreditmarkt für erneuerbare Kraftstoffe anstrebt. Tesla will in den Markt rein, der aktuell von Ethanol-Herstellern dominiert wird. Die Frage ist, warum ist das jetzt wichtig und dazu kommen wir gleich. Doch zuerst musst du folgendes wissen. Tesla verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 ein weiteres profitables Quartal und erzielte einen Nettogewinn von 438 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 10,4 Milliarden US-Dollar. Dieser Gewinn kam jedoch nicht durch den Autoverkauf, dem angeblichen Hauptgeschäft eines Autoherstellers, zustande. Vielmehr ist das profitable Quartal von Tesla dem Handel mit Abgaszertifikaten und dem Verkauf seiner Bitcoins entstanden. Kurz, höhere Einnahmen durch Abgaszertifikate, niedrige Steuern und dem Verkauf der Bitcoins haben zu dem positiven Ergebnis geführt. Und jetzt ist es so, dass diese lukrative Geldquelle für Tesla umso schneller zu versiegen droht, je stärker andere Autobauer ihre Produktion von Wagen mit Verbrennungsmotoren auf CO2-arme Fahrzeuge oder vollelektrischen Antrieb umstellen. Was gerade immer schneller und schneller passiert. Spannend ist, dass anders als bei der Produktion und dem Verkauf von Autos fallen für die Erlöse bei dem Verkauf von Abgaszertifikaten keine Kosten an. Die Umsätze fließen eins zu eins in den Vorsteuergewinn ein. Ohne sie wäre Tesla in den vergangenen sechs Quartalen auf Nettobasis nicht profitabel gewesen. Daher will Tesla auch in den erneuerbaren Kraftstoffkreditmarkt reinkommen. Das heißt, sie wollen nun ihre Kredite an die Kraftstoffindustrie verkaufen. Jetzt wird es kurz langweilig, aber das ist wichtig, um das Vorgehen Elon Musks und Teslas zu verstehen und auch zu verstehen, was Elon Musk vorhat. Diese Kredite oder Gutschriften für erneuerbare Energien werden interessanterweise in erster Linie von Unternehmen beantragt, die noch nichts mit erneuerbaren Energien zu tun haben, aber in gewisser Art und Weise zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen müssen. Diese Gutschriften kommen in Form von Renewable Identification Numbers, RINs genannt, die von Unternehmen für erneuerbare Kraftstoffe generiert werden, aber für die Einhaltung des Renewable Fuel Standards, RFS, verantwortlich sind. Die darauf abzielen, das ländliche Amerika zu stärken und das Land von Ölimporten zu entwöhnen. Durch den Einstieg Teslas und anderer Elektrofahrzeughersteller in das erneuerbare Energiesystem könnte es zu mehr Investitionen in das Infrastrukturnetz, einschließlich Ladestationen für Elektrofahrzeuge, kommen. Und ob Teslas Antrag Realität wird, ist von der Environmental Protection Agency EPA, also der Umweltschutzbehörde, abhängig. Nochmal, Tesla hat aufgehört, Bitcoins als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Zugleich wollen sie in den Kraftstoff, Kreditmarkt und die Bewilligung dessen hängt von der Umweltschutzbehörde ab. Insbesondere, da die Umweltschutzbehörde herausgefunden haben soll, dass eine einzelne Bitcoin-Transaktion die gleiche Menge Kohlenstoff ausstößt, wie die Verbrennung durch zwei 14 Gallonen Benzintanks in einem durchschnittlichen amerikanischen Auto. Tesla verdient dann viel Geld, wenn sie aus Sicht der EPA grün sind. Und um mit der EPA zu arbeiten, müssen Unternehmen sehr grün sein. Die EPA untersucht nicht nur die Art der Produkte, die bei Tesla hergestellt werden, sondern auch die Art der Zahlungen, die sie akzeptieren. Und dass die EPA, also die Umweltschutzbehörde, kein Fan von Bitcoin ist, wissen wir bereits. Und das wird auch noch einmal hier deutlich, wo es darum geht, dass ein Unternehmen mit tausenden Computern Bitcoin in der Nähe von New York meint. Wenn Tesla die Genehmigung durch die EPA bekommt, werden sie dadurch Milliarden erhalten. Und das ist auch der Grund, warum sich Elon von Bitcoin distanziert hat, sodass sie die Bewilligung von der EPA bekommen. Die Antwort von Michael Saylor auf die Aussage von Elon Musk, dass Bitcoin klimaschädlich ist, war, dass Bitcoin effizienter wird. Und Elon Musk hat folgendes darauf geantwortet und diesen Artikel verlinkt, wo drin steht, ein Unternehmen belebt Kraftwerk, um mit fossilen Brennstoffen Bitcoin zu meinen. Das Interesse von Elon Musk ist, dass sein Traum wahr wird, beziehungsweise seine Ziele erreicht werden und Tesla profitabel bleibt. Hätte er das nicht gemacht, wäre es zu einer Ablehnung des Antrags gekommen. Frage dich einfach daher, welche Interessen werden verfolgt? Elon Musk hat ja auch geschrieben, dass sie die Bitcoins nicht verkaufen werden. Kurze Zeit später hat Michael Saylor getwittert, dass er und Elon Musk dabei helfen werden, dass es zu einem Bitcoin Mining Council kommt, um eine transparente Energienutzung bei Bitcoin zu gewährleisten. Und ein Mitglied des Bitcoin Mining Councils ist ein Bitcoin Mining Unternehmen aus den USA und dessen CEO Fred Thiel hat folgendes darüber gesagt, wie Elon Musk der Bitcoin Industrie helfen kann. Solar City ist ein Teil von Tesla und sie verfügen über die Technologie der Solarstromerzeugung und haben große Erfahrung bei der Batteriespeicherung. Er hat weiterhin gesagt, dass die Branche aufgrund dessen gerne mit ihm zusammenarbeiten möchte, um diese Technologie stärker zu nutzen. Und das insbesondere für das Bitcoin Mining. Anthony Scaramucci geht sogar davon aus, dass Elon Musk ein Konkurrent Disruptor beim Bitcoin Mining werden wird. Später hat er noch geschrieben, dass Elon Musk mehrere Unternehmen gegründet hat und dass es die Mission von Elon Musk ist, den Klimawandel zu stoppen. Die Idee, dass Elon Musk in einen schmutzigen Vermögenswert investieren würde, ist absurd. Die Zukunft des Bitcoin Minings sind erneuerbare Energien. Elon Musk sieht die Zukunft so. Erstens, erneuerbare Energien ersetzen fossile Brennstoffe. Bitcoin demonetarisiert Gold, Immobilien, Aktien und Kunst und wird zum dominanten Wertaufbewahrungsmittel. Und hier könnten alle Aspekte zusammenkommen. SolarCity gehört zu Tesla und sie bieten Solardächer an, um die Sonnenenergie in Strom umzuwandeln und diese Energie wird dann in sogenannten Powerwalls gespeichert. Dadurch können die Menschen Strom sparen oder sogar durch die Einspeisung von Energie in das Netzwerk passiv Geld verdienen. Genauso wie Elon Musk durch das autonome Fahren Menschen es ermöglicht, ihre Teslas in fahrerlose Taxis umzuwandeln, wodurch sie passiv Geld verdienen können. Könnte es daher ein solches Modul ebenfalls bei den Powerwalls geben, das man dazu kaufen kann, um dadurch dann Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin oder Dogecoin zu minen? Dazu kommt, dass in den neueren Tesla-Modellen eine Computereinheit eingebaut wird, die mit der Playstation 5 an Leistung mithalten kann. Doch die Frage ist, wie viele Tesla-Fahrer spielen während des Fahrens Computerspiele? Oder wie viele Tesla-Fahrer spielen generell? Was wäre, wenn diese Rechenleistung dafür genutzt werden kann, dass du während der Fahrt Bitcoin minen kannst? Hört sich absurd an, ich weiß. Genauso absurd wie wiederverwertbare Raketen, die ein Zehntel von NASA-Raketen kosten oder Satelliten-Internet und so weiter und so weiter. Das ist natürlich nur eine Vermutung, doch was viele vergessen ist, Tesla ist meiner Meinung nach kein Autohersteller, sondern ein Energieunternehmen. Das heißt, Bitcoin-Mining made by Tesla könnte schon bald Realität werden. Was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, dass wir so etwas sehen könnten oder ist das zu absurd? Schreibe mir deine Meinung in die Kommentare, gib dem Video, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch, teile es und schau dir jetzt die Bitcoin-Playlist an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.